Vierte Kater, zweite Variante, sie lässt mich leben. Ich komme aus Jordan, sie weicht aus, geht an meinen Hals, könnte mich jetzt töten, gibt mir ein bisschen Raum und ich verzieh mich lieber. Heute Abend, nein, es fehlen die Fernsehgucken, es stimmt ja nicht. Anders rausgehen, nach links, jetzt kommt wieder Jordan. Unangenehmes Gefühl, wenn es ein scharfes Schwert ist. Sie macht Sandschienen und ich verzieh mich. Gut, danke.